Wenn der stirbt, das ist... das wäre richtig nice. Oh mein Gott. Hallo! Leute! Ich bin's. Golden Game. Ja. Zurück hier bei Cetario. Und anscheinend kann man jetzt auch hier YouTube gucken. Gucken hier so, ne? Liken, Sharen, Followern auf Facebook und Twitter. Und ja. Jetzt geht's mal los mit dem Golden Game. Golden Game, ne? Ups. So. Ups, halla. Das Game was gross, ja? Immer noch Brasilien, habe ich schon vergessen. Ah. Ich glaube, es geht flüssiger jetzt. Hoi. First kill. Sick nasty. You need to cut it. Ah, alles klar. Komm her Regenbogen. Komm her. Wer bist du? Bist du der Regenbogen? Bist du der Sonnenschein, der jeden Tag auf mich wartet? Oder wird's ja bloß sterben? Oh. Er ist tot. Und der Rote wollte ihn nicht. Ah, alles klar. Hey Seele, komm her. Danke. Hey Seele, komm her. Danke. Weißt du nicht genau was das ist? Fragt mich nicht. Ich kenne mich damit nicht aus. Das sind irgendwelche Totenwürmer. Haha. Sick. Seterio.io I.O. I.O. Oh. Snap. Alles klar. Ich habe ihn ausgetrickst. Und den auch. Tja. Niemand legt sich mit mir an. Würde ich mal so sagen. Ja. Wenn ich den nicht hole, dann bin ich noch geiler. Fühle ich mich zumindest so. Oh. Oh snap. So, der ist weg. Easy Wrecked. Peasy Peasy. Peasy. So much easy. Yo. Oh. My English so good man. I can't understand. 10.000. Ok. 11.000 müssen wir erreichen um auf die Top 10 zu kommen. Unser Ziel wie immer. Wir spielen Seterion ja nicht. Ohne Grund. Na wir wollen ja auch zeigen was wir drauf haben. Ja. Also wie gesagt. Wenn ihr den Clan-Tag benutzt und euch trefft. Dann wisst ihr das eher in einer Community alle zusammen gehört. Und alle zusammen wegficken können. Cool. Danke fürs Verständnis. Das wäre ganz schön geil. Wenn ihr das immer eingibt wenn ihr spielt. Nur um die Beachtsamkeit von uns zu vergrößern und damit jeder uns beachtet. Und damit jeder irgendwann auf uns achtet. Ja. Ich wiederhole mich. Daniel. Dem Daniel. Nice. Dem Daniel. Why are you doing this? Daniel. I don't know. Oh mein. Du kriegst mich nicht. Heute nicht. Okay. Bis jetzt bin ich zufrieden. Ja ja. Pro. Fun. Oh mein. Ja. Wo bin ich überhaupt? Ach ich bin ja. Ich muss in die Mitte. Ab geht's. Yala. Untertitel. Wenn der andere gestorben wäre. Der große Regen wunkelt. Dann wäre ich glücklich gewesen. Und man kann so leicht Leute austricksen. Wenn man einmal kurz so Körper macht. Die lang geht und dann einmal. Uuuuuh. Dann hat man sich schon abgehangen. Voll easy. Tutorial nur mit mir. Oh, was los? What's going on here? Hier. Chillig. Oh nein. Oh fuck. Oh fuck my ass, Alter. Äh, ja. Nicht. Alter, ist das ein Bigger. Bigger than all I ever seen, ey. Danke für den Kill Pro. I don't give a fuck, Alter. I don't care. Komm schon, irgendjemand wird jetzt sterben. Ich spüre es. Du, einer von euch hier. Willst du dagegen laufen? Oh, ich dachte schon, der ist... Au. Ja. Wie gesagt, einer wird sterben, ja. Nur meins darf holen. Mehr will ich doch gar nicht. Nobody, ja. Du bist ein Niemand. Tschüss, Ben. Goodbye, everyone. Goodbye. Also, falls ihr mal mitzocken wollt und wissen wollt, wann ich da bin. Ich bin... Oh, verdammt. Ich bin meistens da so am Abend. Mehr so nach 7 Uhr so. Da komme ich dann meistens irgendwann. Also, falls ihr dann mal zockt, seht ihr mich vielleicht. Ja. Das wäre so, falls mal wissen wollt, wann ich zocke. Das ist so die Zeit. Nach 7 Uhr. Abends. Nicht morgens. Ich habe auch Schule. Ich bin auch noch jung. Und frisch. So. Oh ja, der... Der ist ganz schön groß. Da ist wieder so ein Typ, der Jelly heißt. Der echte, wieder mal gut. Hm. Alles klar. Und der hat auch verkackt. Nice. Platz 22. Am Westen muss der Grün jetzt noch sterben. Oder der... Der Gelbe. Der tut's auch. Okay, der will auch sterben. Oh, verdammt. Was war das? Ah. Na. Na. Ja, okay. Ich glaube, der wird wirklich sterben. Kommt das so an. Warum auch immer der sich einrät. Hilft ihm sowieso nicht. Ich muss jetzt nur noch so hier rumkreisen. Und der wird sterben. Jo. Weil das immer enger wird. Da muss man kein Risiko eingehen. Weil das... Wenn man lang ist, dann wird das länger. Und man Man muss nicht denken, dass da eine Lücke noch entsteht, weil man so lang ist. Gut erklärt, nicht wahr? Ja, ich weiß. I know. Danke, oh, danke, 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 oh. Oh, oh, oh. Drei. Nice. Platz 13. Die ist mir ein bisschen langsamer voran, aber wir sind auf einem guten Weg. Über 11.000 schon. Nice, warum rennen die alle weg? Ich verstehe es nicht. I don't know. Because we can. Ich bin Platz 11. Könnte gleich Platz 10 werden. Yo, da bin ich auch schon auf Platz 10. Sieht man da, gehen da, gar, gar, Junge. Good game, meiner. Motherfucker, oh. Oh, wäre das geil gewesen. Close, my friend, close, very close. I'm a pro, Level 7, äh, Rang 7. Aber ich bin so grün wie Brasilien. Das gefällt mir. That is cool. So cool. Es ist meinst, nein. Wenn der stirbt, das ist, das wäre richtig nett. Oh mein Gott. Du hast versucht, und du verlierst. Na, bisschen hier am rumhängen. Bin Platz 5, jo. Mit dir werde ich noch größer, jo. Okay, die haben echt keinen Plan von dem Spiel, kann das sein. Weil der macht sich hier nur klein und ich glaube nicht, dass das irgendwas bringt. Und der stirbt einfach so. Und der auch. Nice. Platz 3. Oh, Alter. Platz 1 zu werden ist heute echt schwer, Leute. Ich kann höchstens Platz 2 schaffen, glaube ich mal. Weil, ja. Guckt euch den ersten an. Dann wisst ihr schon, warum. Oh, der Trump ist auf Platz 2. Nice. Los, Platz 1, ich will ihn sehen. Er ist so groß, garantiert. Donald Trump spielt das Spiel. Oh. Oh, mein Gott. Oh, nice. Nice, Platz 2. Jo. Alter, der erste hat 60.000, das schaffe ich, glaube ich, nicht. Hup. Hup. Holy shit, ich habe ihn geohnt. Alles klar. Ich esse dich gerne weg, mein kleiner. Vielleicht schaffen wir aber trotzdem einen neuen Rekord, ja. Das wäre echt, echt richtig süß vor dem Spiel. So, mal gucken, ob er... Okay, das ist zu dumm. Ich dachte, der läuft damit. Egal. Reiß. Reiß. Reiß mit S. Schaffel mit S. Na ja, Prost. Ich spiel das... Oh, meine erste Runde, Alter. Und das ist schon so eine gute Runde. Alter, der Platz 1 ist tot. Ich habe die Chance zu gewinnen. Ich bin Platz 1. Jo. Was ist da los, Mann? Geil. Platz 1, everyone. Yeah. Ah. Jetzt nicht mehr, aber yeah. War eben voll geil. Nope. Tschüss. I don't give a fuck. Tschüss. I don't give a fuck, Alter. Dieser Chris, oh fuck. Nein. Alles klar, Leute. Ein Versuch. Einmal auf Platz 1. Und das war die perfekte Runde. Danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like da und ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Ich bin aus, euer Golden Game. Bis morgen bei der nächsten Folge. Ciao. Ciao.